ach wir müssen gewinnen ach das machen wir nicht, das dauert ja so lange jetzt fahren wir jetzt weiter nicht, dass das let's play noch über 100 videos zum krieg nur von flat out das war da nix gerade noch das war rabiat ja da liegt so gescheitert fünfter naja dann hätten wir noch demolition sandpit und dann 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 uns oder schüler ja das war jetzt der treffer im flug so und das war der sieg immerhin nach zwei niederlagen jetzt sagt es doch nicht so dass wir da gut haben egal machen wir weiter mit long jump so mal schauen ob ich das noch kann das müssen wir da schwung haben das war auf jeden fall nix sieben meter siebzehn wie sind das noch mal gegangen so jetzt können wir da nicht wiederholen runde 3 39,49 das probieren wir gleich noch mal jetzt haben wir es nämlich hier raus naja 41 meter mal schauen ob das noch irgendwie übertrumpfen so neiner zwonsk noch schlechter naja 41 war das beste im ganzen 92 meter so als nächstes machen wir dann da war ich mir ziemlich schlecht ja obwohl 80,26 meter war nicht einmal so schlecht so so zweiter versuch 74 war auch gar nicht so schlecht aber jetzt vielleicht jetzt noch mal mehr als 80 jawohl 84 238 meter das machen wir nicht noch mal das machen wir nicht noch mal